zeilen rüstung schläft nie ein das ist blöd aber sie kann auch sterben ja voller so ist das gut level 30 haben wir schon dann nichts an er sagt das habe ich jetzt erst geschafft 30 also hat mir jetzt erst das level geschafft okay wie viele punkte 5 points 80 ja kann man 80 da hatte ich glaube ich jetzt noch quarter gibst du ihnen eine fähigkeit erfüllte genau andershaft 25 punkte mal gucken einfach mal die wüste durchstapfen ob es irgendwie was gibt oder so ich habe keine ahnung irgendwas spannendes weil hier sieht man viel weitläufig hände 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 ich würde mal sagen hände als erstes dann hier vorne den sensemann beschleunigung und sollte das nicht alles reichen nennen wir ein saus und braus auf die hände das problem bei diesem skorpion ist dass er tödlichen schlag drauf hat und uns direkt töten kann mit einem schlag das ist ein bisschen blöd das kriegen wir alles sind damit noch neue chance bei bei angelo auf jeden fall bei flash weiß ich es gerade nicht ich möchte auch gerne die multiheilung haben das wäre ganz interessant leben beide noch schade da kommt bitte kreisweg und dass alle sterben super das heißt wir können jetzt hier dies machen dies schleunigung und saus super und rest drauf und dann ist gut können wir noch kurz voll heilen mit dem stab oder auch nicht also level 28 super nice super fünf punkte wo dürfen die fünf punkte denn hin ich würde sagen fünf punkte auf bogen jawoll multi schuss gleich ausprobieren oh nice das haben wir auch schon im hintergrund gesehen dann ist das geld haben wir beim kampf in hintergrund gesehen gleich weiter was man ein bisschen auf hier aber drei käse momentan und dann machen die weitermachen noch zwei frost oder ich weiß gar nicht was wir noch alles haben müssen aber spekulieren oh eine feuerfigur alter eisen eisen und todeskampion ist das eine aufgabe für unser team ist das vielleicht eine aufgabe für die kreiswege wir fahren erst mal mit dem größeren haufen an den kriegen wir als erstes kaputt und knack machen wir noch und so aus dem haben wir schnell alle durch trink komm einer ist von uns bitte er nicht versuchst mich nicht zu töten da sind wir das problem abverstellung schlecht gut ist kein problem noch mal ein einzeln schuss drauf würde ich eben sagen kreisfäger sensen man natürlich knack und saus da kriegen wir sie immer mit kaputt das ist richtig und sind sie man auf denen dann ist er down und vergiftet wollen wir ihm heilen Gepäck habe ich nicht zauber können wir mal in der mittelheilung auf jengis machen jengis macht noch mal einen angriff jessica packt er ins gepäck auf jengis und hier machen wir mal entgiftung auf jengis ein bisschen aufgeheilt jessica level 28 guck mal jeder ein level aufgestiegen 8 punkte kriegt 8 punkte dann machen wir mal hier da rein und den rest hier rein jessica level 28 guck mal jeder ein fährt und ein feuermann kann es gleich gegen unser team antreten hier guck mal wieviel der soviel kann er nicht aushalten oder ah der hat wieder auf den halos drauf sitzen müssen zum energie schub weil der ist ganz gut der energie schub der da will ich ja das team auf jeden fall durch behalten kupfer also ein einfaches monster nehmen wir erstmal mit in die reserve was haben wir denn hier ein brunnen wirbelwind sollen wir reingehen äh wurden wir vollgeheilt ne wir wurden ach wir wurden hier hinten hin geportet ah ok ah da ist noch eine flamme können wir zwei flammen aufnehmen wenn sie gut sind kriegen sie vier auf jeden fall kaputt ok einen haben wir schon mal können wir vielleicht zwei sogar kaputt kriegen wenn sie den gleichen angreifen ja komm so und bam schnarch hallo ja direkt wieder wach und ach schade schläft energie schub auf talos jawoll der roter ist jetzt mal gleich schön einen kräftigen rein warte aber abends 29 wie viel haben wir noch ja gut dann machen wir wie ich sagen gehen wir alle auf ein warte mal multischuss würde mich interessieren ah ok ist auch natürlich nice macht ein bisschen mehr als seine standard angriffe münzen kriegen wir immer genug das ist immerhin gut so noch so eine flamme komm mal her das weg kommen wir mal so aus knister knirsch fangen wir erstmal eine mittelheilung auf fläche an ganz vorsichtig da will wo jemand doch ging es team kämpfen also feuerfläche angriffe sind natürlich bei uns schon ein bisschen mies da brauchen wir irgendwas noch da was gegen oder so oder ein bisschen mehr abwehr allgemein wir sollen natürlich mal absehen da kommen die eine 214 gab naja die jetzt genauso viel hat das ist eine frage merkelstoß den wirbelmann knirsch und dann machen wir mitleidung auf jessica wenn wir alle voll heilen oder eine kerze und kupfermünzchen ein bisschen mehr tauschen gegen den feuermann aus ja die werte sind komplett anders tanze flamme element familia und da b b b b b b allein wie viel haben wir noch sieben nichts passiert ist ja klar äh we b b b b b b b